herzlich willkommen zurück zu meinem unserem let's play seven days to die wir sind jetzt hier zurück und wollten ausladen essen 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 wollte ich nicht noch was herstellen mit dem essen essen kommt mal eine da rein und dann 1234 kannst du doch mal bacon und so dauert zwölf sekunden um 22 32 bio full braucht man doch noch gar nicht nie auch noch nicht aber ich kann schon was wissen genau es kommt richtig und dann kommt das buch richtig und dann dem tipp packen wir das doch gleich mal hier rein und was na klar hätte ich alles viel früher haben können deswegen könnte ich erst mal weiter machen baukiste ramschkiste erste hilfe erste hilfe nein erste hilfe nein ich packe ich draußen hin da kommst du hin da kommst du hin da kommst du hin erste hilfe aus der hilfe nein aber was brauche ich eigentlich für euch zum lever oder ist genau das heißt ich packe die klamotten erst mal hier mit raus das wird alles dasselbe sein ne klofragments denn jetzt habe ich die nicht mehr rausgepackt das können wir hier gleich mal so lassen sechs lehre davon hätte ich erdrückt noch welche casino items gibt mal die steine da kannst du gleich das mit reinpacken und wenn das foto ist packen wir das auch noch mit rein hier kannst du gleich mal aber mal sowas von richtig preis das war einer hiervon dürfte fünfe sein ist habe ich munitions teile an mein gut ja wenn man das so gesehen möchte hier verzeihen magnum parts lassen wir mal hier kleber ist allgemein fett ist allgemein fressen ist die fressen kiste explosiven dürfte das drin sein und das drin sein das ist allgemein das schläpp ich mit mir rum das ist allgemein das schläpp ich mit noch immer noch ja komm komm kannst du noch mal haba haba reicht denn das jetzt endlich mal genau fein gibt es auch mal b einmal wasser noch damit kannst du das auch erstmal so behalten da kann man ja dann auch gleich mal wieder was erholen da lang oder da lang? ach, eigentlich egal solange ich nicht in das Bike renne es ist 17.30 Uhr wenn ich schnell mache da könnte man ja nochmal so eine Schasche holen aber ich und schnell wir sehen hier schon wieso leckt denn das hier? da war mal ein kurzer Ausschlag was ist aus? kein Holz mehr drin da bekommst du doch gleich nochmal was von mir nachgeschoben und jetzt mal hier Karte und Karte packen wir mal zusammen davon haben wir auch den packe ich auch mal mit raus davon haben wir jetzt auch genug das mal mit dahin das fressen kommt hier auch hoch hab ich nicht gerade erst und so habe ich das vergessen ja ja dann geben wir den Kaffee gleich mit her und auch die Kartoffeln Kaffee und Kartoffeln naja Kaffee das ist jetzt nicht so unbedingt klingt aber die Kartoffeln sind wie jede voll wichtig Portlet Water und Kaffee nee das sind meine Reihen für Kartoffeln das ist Kaffee das sieht doch schon mal gut aus Kartoffeln Kartoffeln ich könnte mal ein bisschen Fett prozellen lassen und in der Nacht gehen wir mal wieder Holzacken drei Minuten sieben da kommt ein bisschen Kartoffeln das gehen wir mal mit dazu und kochen wir mal fein wie sieht es hier aus da ist noch mal das drin das nehmen wir mit hier hin und dann auf Wasser ist da fertig gut das ist dann auch fertig dann mache ich hier mal zu das notwendige habe ich dabei mach hier zu da ist zu da ist zu dann auf geht's nochmal eine Runde das Zeug holen naja wenn irgendwas dazwischen kommt kann ich ja immer noch abhauen beziehungsweise ja zurück nicht aber wenn ich irgendwie dieses kleine Zeichen sehe denke ich auch immer wieder da rein das müssen wir irgendwann auch mal in den Griff nehmen nicht ja bist du hier bist ist es schon vorbei genau holen wir mal ein bisschen Luft und geben wir ein paar Federn ich hoffe mal die Richtung stimmt nein hier habe ich doch Kater aus dem Augenblick hier oben drauf was gesehen oder naja gut dann ist es überall das hätte ein Hühnchen sein können haben wir eigentlich aus den Wünsenfunkern das denn hier alles rausgeholt das hätte immer noch oder oder sollte hier rasch jetzt schon wieder und immer noch überall hier ist leer naja kurz wo das alles reinpasst mit talak talak kopf ein bisschen runter ja wobei komm ja wir könnten ja mal nö so genau so ja ja nicht immer zu den Nebenholzen könnte man hier auf ein bisschen was sauber machen da first auf Holz ich habe ein bisschen weniger Arbeit und haha und nochmal und nochmal und nein da hin genau da hin ja jeweils kann man schön den Lampen machen nötig nicht sondern dich mhm nötig und dich auch noch los mhm nötig 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 cho-do-zwei einen hier auf der linken Seite und die alte davor nochmal gerade gesehen kuckuck ah da bist du Aber, aber das klang doch genau nach Treffer Und dann fängt er an gerade zu laufen Undetected Druck Ja, so geht das Manchmal trifft er Besser als sonst Ach Quatsch Ja, das war ja so klar Skrip Hau raus Das nimmst du mit Was konntest du nicht einstecken? Ach, ein Skrip konntest du nicht einstecken Nur die Steinchen Nein Neue Hacke brauch ich auch bald, ne? Aber ich könnte auch mal bald zur Bank zurück Jetzt haben wir dieses Stufe 3 Damit macht das ja wesentlich mehr Sinn Jetzt sollte ich auch erstmal mein Ausschuss zurückbewegen, nicht? Ja, zwei Steinchen können wir noch mal mitnehmen Noch ein bisschen Brass in den Ofen schmeißen In die Forge Das ist ein langsamer Tanz Ja, noch kein Walzer Dauert noch ein bisschen Ich muss noch ein bisschen üben Tum, 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 tum Da kannst du ja nebenbei Kaffee trinken Moin Ach, und pro Kaffee Nein, keine Angst Ich gurgel euch hier nichts vor Achso, soviel zum Gurgeln, ne? Nö, hö, hö Mal laufen mal ein Stückchen Ne, die kleinen Bäume möchte ich noch dran lassen Und ja Ich kann mich mal mitnehmen Und dich Und dich Und die kleinen hier unten auch Nein, die sprinten Das wird sich nicht extra Da kann ich hier auch die mal mitnehmen Ja, da ist sich was dran, ne? 250 Ich gebe nur ein Stück Ach, so ist es bei denen Gut Nicht nachfragen So, Kenntnis nehmen, ne? Ah, hier ist noch genug dran Wie man sieht Das muss ich hier ein bisschen Einkürzen Auf dem Weg in die Oh, oh, oh Hm Nein, nicht in die Berge So viele Berge haben wir hier nicht Auch kein Insel mit zwei Jahren Ja Können wir alles nicht mehr Ja, naja Ähm Was ist mal jetzt? Neue ich die kleinen Ja, komm Das ist jetzt nur 40 Wo ich weiter mache Sollte ich vielleicht Erstmal Das Inventor leer kloppen Und natürlich auch nochmal hier so die Chance nutzen Nimm mal ein bisschen was mit So, Frau Schmidt Genau, das hat man ja auch noch nicht Aha Nicht oft genug Um es mal so rum zu betonen Lauf, los Da rein Da rein Wieso ist hier aus? Achso, weil nicht so viel drin war Ja, machen wir kurz Das hält ja nicht lange Tak, 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 tak So, das da hin Was haben wir denn? Waffenteile, Waffen Und Wow Wieso ich denn das mit zeichnen? Ja Gut Klamotten noch irgendwas Military Fiber Keine Ahnung Sword Helm Könnte man mal reparieren, ne? Repaired mit Fortune Iron Habe ich doch dabei Jetzt Warte Oh, 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 oh Was war denn der Versatz? Hm Könnte ich dir glatt Skappen, ne? 28, 26 Ha, ha, ha Skappen Den brauchen wir noch nicht mehr Waffen Munitionsteile Waffen Munitionsteile Erste Hilfe Äh Fressen Random Ne, das ist ja hier noch Random Erste Hilfe Du kommst dort oben rein Wo hab ich ein Da oben hab ich sie noch entdeckt Hier die Gas Kann ich mal zur Seite packen Das ist Essen und Trinken Genau Genau hier kommt ihr auch mit rein Und hier machst du gleich mal wieder Bottled Water Eine Minute Fünf Quatsch, hab ich jetzt das Holz da unterwegs liegen lassen Da war auch kein Platz Da sieht das wenigstens keiner Hier kommt auch gleich das noch mit rein in die Baukiste Kommt Kohle und Die Drahtpulver Die Drahtpulver Lamp auf Clay Dann packen wir auch gleich drüben mit rein Du durftest die zu weit fertig sein Dann hab ich noch ein paar Steine für die Federn Habe ich die Federn hier eigentlich schon mal Ja, wieder rausgenommen und wieder reingepackt Dann nehme ich Ne, die Bandage nicht Die packe ich wieder zur ersten Hilfe rein Die nehme ich später mit, wenn ich ein paar davon hab Bauen kann ich es im Moment nicht Scheine Pistole Hunting Refle Ports Shotgun Sniper Hunting Shotgun Reserver Shotgun Ports Hunting Refle Ports Neuer Gemüsam Eichhörnchen und so Da war Ne Du warst bei den Waffen drin Genau Davon auch schon Weiß 57 Und dann müssen wir jetzt auch nochmal Checken hier mit dem Boah 33 26 17 23 Aber er kann kein Licht machen Insulation minus 10 Das ist natürlich geil Den Sporthilm nehmen wir immer mit Äh Nehmen wir mehr, was ich mit mir rumschleppe Ich wache, komm Ich wache, komm Ja, aber Hast du die Stats gesehen? Hallo Nein So, weil ich nicht ein Brüchchen bin Rezepte Tot Nein Nein, ich war die Kerzen Und das ist hier auch noch Und hat auch schon, genau Ist schon durchgejagt Das dahin Dann bringe ich das Wasser noch hier hoch Und Ja, aus dem Augenblick Hab ich es schon gesehen Ein Glocknirchen Doch, ich muss Wir können ja nicht überlänge machen hier Und Wenn es euch gefallen hat Sehen wir uns eventuell In der nächsten Folge wieder Zu meinem Unserem Let's Play 7 Days to Die The Survival of the Drifting Game Von den Funpimps Bis dahin Auf Wiedersehen Und Tschüssi Kowski